Jetzt melden wir uns mal ganz frisch aus dem Osterurlaub zurück. Es war ja doch etwas ruhiger die letzten zwei Wochen bei uns im Block. Heute passiert ja was ganz Spannendes im Haus der Musik. Denn wir veranstalten heute einen Pro-Sachs-Workshop. Und oben in der oberen Etage haben wir drei ganz, ganz tolle Künstler. Peter Weniger, Professor für Jazz-Sachophon an der Hans Eisler in Berlin. Der Simon Hanrath, Lehrbeauftragter in Frankfurt an der Hochschule und Saxophonist aus dem Saxophon-Quartett Sachse-Pforte. Wolfgang Köhler, ganz bekannter Jazz-Pianist, der schon im Rias Tanzorchester war, Rias Big Band, mit Agfan Royen gespielt hat. Die sind heute zu Gast bei uns aus den kleinen Städten Berlin, Ulm und Frankfurt und sind mal in die kulturelle Hauptstadt Detmol gekommen. Da wollen wir jetzt mal einfach reinschauen. Kommt rein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020